Intro Na hey Schosch Leute und willkommen zum Schosch zum Sonntag Heute am Sonntag den Irgendwasten, jetzt schon mittlerweile im Juni Und ja, der Mai ist vorbei Das heißt, diesen Monat wieder mal einen neuen 12 Stunden Stream und noch mehr Zeug Womit wir tatsächlich was ballern können und Dinge tun können Aber erstmal, was war letzte Woche und was wird diese Woche Ja, letzte Woche ist ein bisschen knapp ausgefallen, was Streams angeht Liegt unter anderem daran, dass wir hier konstant irgendwie über 30 Grad hatten Sprich in meiner Wohnung über 90 gefühlt Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber vom ganzen Switzen ist meine Haut schon ganz trocken hier am Schädel Deswegen ist es richtig blöd, richtig doof ist das Deswegen habe ich auch nicht so viel gestreamt, eigentlich so gut wie kaum Ich glaube nur jeden zweiten Tag so ein bisschen Auf jeden Fall nicht viel leider Aber es ist ja jetzt, gestern und heute ist ja tatsächlich mal ein bisschen angenehmer Wir haben gerade mal 22 Grad Für viele ist das auch schon gut Für mich ist das ausreichend Persönlich, mehr brauche ich nicht Weil 22 Grad ist fucking nice Das ist angenehm Da heizt sich der Dachboden nicht hoch Da muss ich nicht hoffen, dass es mal wieder regnet Damit diese Heizofen von Drachziegeln abkühlen Das muss alles nicht sein Und man kann tatsächlich mal wieder Kleidung tragen Wer hätte das gedacht, nicht? Aber bevor wir das nämlich wie letztes Mal vergessen Ich fucking Dipshit Vielen Dank an euch Ihr Patreons Patreons still there, just saying Auf jeden Fall, das ist das Und ja, ich bin jetzt mal wieder am überlegen Wie geht es weiter, wieso, weshalb, warum Was ich mache und wieso ich es mache Denn man hat ja Ich habe ja aktuell ziemlich viel Freiheit Und sehr viel, was ich damit anfangen kann Um genau zu sein Und überlege ich Was ich mache und wie ich es mache Wieso ich es mache Deswegen Gerade was so YouTube angeht Ist so eine Sache, weil YouTube ist so ein Punkt mittlerweile YouTube ist so ein Ding So, ich weiß auch nicht Gibt mittlerweile immer mehr Wo mich da ein bisschen frustet Aber das soll ja auch nicht stören Ich, aktuell läuft ja Content quasi Doppelseitig Nämlich Warman Generation Was mittlerweile, glaube ich Acht Jahre her Seit ich das letzte Mal gespielt habe Ist auch schon fertig aufgenommen Also das kommt schon Jeden zweiten Tag online Und Kingdom Hearts Birth by Sleep Kommt dann auch Jeden Tag Jeden zweiten Tag Dementsprechend Welches wir übrigens Heute um 14 Uhr Ich weiß, glaube ich Wir haben sogar Moment nicht schon Meine Güte Das ist ja schon in einer Stunde Ich muss mich beeilen Shit Auf jeden Fall Das kommt dann auch noch Das streamen wir heute um 14 Uhr Bis um circa 17 Uhr Weil ich heute nicht so viel Zeit habe Leider Ich habe heute noch Ja, ich weiß Ich sage es immer wieder Ich habe immer noch was vor Deswegen, sorry dafür Ist aber leider so Deswegen muss ich auch hier leider schon Die Shows zum Sonntag werden immer kürzer Da muss ich mir auch mal was einfallen lassen Dass das mal Nicht der Fall ist Dass das mal tatsächlich Mehr Inhalt hat irgendwo Dass mir auch mal was einfallen Das kommt aber auch noch Dementsprechend Ich wünsche euch jetzt erstmal noch Einen schönen restlichen Sonntag Und wir sehen uns dann Hoffentlich nachher Im Stream Bis dahin Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.